Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Annas Quest! Na na na, schätze ich mal, am Finale dran. Und ja, so, was können wir jetzt alles noch schnell machen? Jetzt habe ich nämlich ganz kurz was anderes gemacht. Ab und zu habe ich ja, ich mache jetzt so zwischen den Folgen immer so einen kleinen Moment Päuschen. Ich habe jetzt erstmal mich kurz um was anderes gequert. Nicht vor Dummies? Schade! Aber das können wir ja gleich mal lesen! Hm, hat sie nicht irgendjemand getragen? Okay, okay. Okay, okay, okay. Aber erstmal will ich hier zum Fenster hinauf. Und was Nettes machen. Auf Wiedersehen, ihr armen kleinen Bienchen. Obwohl ich Bienchen mag. Wespen mag ich nicht so. Wie Bienchen? Oh. Beekeeper! Bee-Killer würde ich sagen! So, wo geht's hier raus? Da geht's raus. Aber dann haben wir einen Bienenstock. Den brauchen wir bestimmt auch. Für Wachs und Co. Und hinein mit uns. Und guck mal, Hans, wir haben was gefunden. Oh, der glitzert sogar. Guck mal, wie wichtig der glitzert. Hey, schau mal an das, Hans. Diese Wachs. Wir können das für Kandeln machen. Oh, großartig. Ich hoffe, dass du dich nicht verhörst. Nein. Ich bin viel zu super clever für das. Well. Ich brauche nur den Wachs. Würdest du das für mich nehmen? Das bedeutet, dass wir das für mich nehmen. 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 für die Kandelchen. Dass wir das für blanchere Blech machen. Dass wir alles für blanchere Bleche machen. Dass wir amber. Dass quiere, weiße Blecher. Dass wir das für mich machen. PresseCK durch Valentiny nicht. Und dann... Es gibt noch viel ste Goodnight. Du darfst das vor, das kannst du es tun! Ich hoffe, dass esเentrichter klappt heute. Ich will den gut degrees spüren. Karnein fort excel es mit einem Ascens-ội題. Es war den ersten Kaffee niemals für注意ste. Oh, es können... Ja, wir wissen es ja minimal besser, ne? Und gut ist, dass wir jetzt auch wissen, wo viel diese Maschine gut ist. Und was sie immer vorhat. Ich werde noch nicht zu viel von meinen Gedanken jetzt loswerden. Wir wollen ja der Story weiter folgen. So, in den Hof. Da, er hat... Jakob hat ne blaue Blume. Wunderbar. Die brauchen wir. Purple kriegen wir hier raus. Mit Sicherheit. Sind ja keine Blaubeeren, sind ja Lila-Bären. Äh, was soll das? Oh, super. Was ein Schnöseh. Ein Obelschröder! Komm, den könnte ich auch mal wieder gucken. Ich glaube, ich weiß doch, ob du die Blume wirklich trägst. Ha, 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 ha! Ah, wem wohl? Schöne, schöne ich dir was. Gib mir ein paar von den Blumen und ich werde es so kalt, wie du willst. Aber... Ich versuche, dass die Jojo immer wieder in die Fresse haut. Ha, ha, ha! Ins Gesicht, natürlich. Ins Gesicht. Und da so versucht, die Mädchen zu beeindrucken. Ist ja so geil. so viele Messungen zu ihr in Klasse. Puncto Jojo! Das Band könnte gut klappen. Ja, los, komm schon. Gib mir einfach ein paar Blumen. This is the last thing I have to show my love. Ah, yuck. Well, what else did you try then? Everything. I've passed on so many messages to her in Klasse. But alas. My poetry has fallen on deaf ears. My words yet to be consumed. My love is yet unrequited. All right. Janneke is... Gut, das heißt, wir müssen also diesen Brief finden. Und... Hey, Wilhelm! Oder Wilhelm? Wen hat man hier? Hey, Julien. Was können wir mit denen anstellen? Auf den Kopf drauf stülpen, Blume klauen. Okay, sie hat nicht gemeckert. So muss es irgendwas damit auch sich haben. Vielleicht Wilhelm? Oh, so schön. Was will ich mit ihnen schief? Oh! Das ist ein Helmet. Verst du, nicht? Verst du? Alkren Priv? Hallo, Winnie. Ich habe zwei Augen... Es ist... Es ist... Da ist... Es ist Version für Ihre Ungelle... Oder etwas... Und cooler. So you look super cool and you'll be protected from your yo-yo super cool, you said? Oh, come on, as far as your yo-yo. Just for a little bit. Mmm, alright, if you say so. But you better give it straight back, yeah? Yeah. Okay, wie geil. How is it? Super cool? Cool, right? Oh yeah, absolutely. Ah, wunderschön. Ganz ehrlich, Winfried ist mir ein bisschen sympathisch im Moment. Also als Kind ist sie echt so ein bisschen sympathisch. Ah, schön. Wo, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir das Yo-Yo, da können wir doch bestimmt ein Docht draus machen, oder? Ja, wer ist der schwerer Mann jetzt, Wilhelm? Warte, eine schwerer Frau? Nein, aber dann... Ehh, wer geht's? Ich habe das Yo-Yo. Können wir vielleicht... Okay, nee, das bringt gerade nix. Okay, so, was können wir jetzt noch machen? Wir bräuchten noch die Bären. Ach ja, irgendwas war doch da mit so... wegen der Blume auch. Mit dem Schreibtisch und dem Brief. Einen schnulzigen! Sehr interessant auch. Einmal Chaos, einmal absolut perfekt aufgeräumt. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, schön. So, ein bisschen an der Heizung rumspielen. Damit's hier mal ein bisschen wärmer drin wird. Hier, komm, Cookie. Hau mal rein, Kleiner! Here we go. Let's get all that nasty fire breath out, now. Yes! Que n'on a füß, alors komm, Art. There you go. Get it all out. Is that really necessary, Winfrieda? It's already getting too hot in here. Weren't you the one saying it was a little chilly before? Well, fine. But at least open some windows to keep the room from becoming a focus, please. Ahhhh! Hihihihi Marvel! Sehr geil. Was hat... Da seh ich gerade... Ah, verdammt! Da hab ich gerade was gesehen. Ich glaube da, weiß ich ob ich noch mal Schluss kriege... Egal. Okay, 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 okay. Wir haben jetzt ein Jojo. Guck mal, eine Jojo. Da kannst du doch bestimmt doch draus machen. Okay, okay, okay. Ja, das kriegen wir schon hin. Hier, für weiß haben wir auch schon was eigentlich. So, gut, 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 gut. So, jetzt aber hier hurtig, hurtig, verpurtig, purtig. So, ein zerknüllter Brief. Und damit können wir ihn doch jetzt bestimmt erpressen, oder? Hey, Loverboy. Winnie. Shh. Settle down. I have good news for you. Kind of. Your so-called poetry wasn't ignored. It just looked like rubbish. You mean, Janneke hasn't even read it yet? But of course, it all makes sense now. My words are pure, raw feeling. She couldn't possibly have read them without any emotional reaction. Oh, I'm sure they'll get a reaction, all right. Maybe not the one you're after, though. Here. I have no need for this nonsensical symbol when I have poetry on my side. Ah, sehr schön. Could you do me the favor of passing on my letter to Janneke? A true poet should never show his own hand to the... Yes, yes. Please just... Enough already with the drama. Wow. Whatever could this be? I seem to have found it lying around. Could this be for you, Janneke? Oh, for me? This is so thoughtful. This is just what I wanted to see. Really? Oh, be still my beating heart. The moment has come for my majestic words to... Super, wie er guckt. Ich bin... Ich feier mich gerade weg. Ah, super. Wir hätten Hans auch zu seinem Test schicken müssen, ne? Ah, das war richtig geil, oh. Ah, das war... Das war... Das war... Das war's mit dem trockenen Sommer. Wir brauchen Handschuhe. Kann ich mir vom Fenster aus bei deiner Prüfung helfen? Los! Das sollten wir machen. Und jetzt bin ich gespannt. Und jetzt bin ich gespannt. Sie ist auch geil. Also, ein bisschen fies ist sie. Ah, geil. So, jetzt haben wir ja den Schlüssel. Das heißt, jetzt können wir in den Schuppen reingehen. Super, 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 so, äh, Schuppen. Ah, halt, stopp. Zack, Schlüsselbomber. Und wir haben ja auch die blauen Blumen. Jawoll. Oh, ich habe es endlich geschafft. Ich bin in der Schuhe. Hm. Das wäre so cool, wie ich dachte, es wäre. So, ja, äh... Oh, Handschuhe. Perfekt! Für das Tologenice. Tologenice. Da können wir jetzt doch ein bisschen mehr machen. Okay, 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 okay. So, wir brauchen aber auf jeden Fall noch was Lilanes. Also, seine Blümchen da, äh, Bärchen. Sagen wir so, du sie... Warum meinst du... Warte mal, äh, Worte sind nicht seine Stärke. Vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir eine Blume an ihn erübrigen für ein paar Bärchen. Also, wir brauchen eine Blume an ihn erübrigen für jemanden, oder? Nein. Well, ja, ja. Und du wirst nicht wissen, wie es mit Worten an ihn erübrigen, oder? Also, was ich nicht? Well, diese Blume sind speziell, in der sie mit Worten an ihn erübrigen für dich. Du musst nicht sagen, eine Sprache sagen. Denkst du so, wie ein Zeichen, der sagt, hey, ich liebe dich. Re... wirklich? Das ist nicht ein Trick, ist es? Das ist ein Kind von Trick, Winnie. Für mich zu schreien, du willst, du das oder nicht? Äh, gib mir das. Äh, bitte, bitte, gib mir einen. So, äh, äh, du gehst es an, oder? Ja, natürlich, ich... Geh weg, du machst mich nervös. All right, Loverboy. Jeez, so grateful. Zack, rennt sie schon freiwillig zurück, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Jawoll, wir haben die Handschuhe, aber wir hätten doch gerne die Bären gehabt. Die Bären, die Bären. Oh, jawollchen, Lunchbox. Herr mit den Bären. Machi, Machi, oh, ist das nicht süß, die beiden. Und schon guckt ihr auch endlich mal freundlicher. Okay, machen wir das mal. So, nein, du sollst ins Baum rein und nicht, äh, Dingsy bumsen. So, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Guck mal. So, wir haben, 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 Vielen Dank.